Welches ist die Ursprache? Was ist die ursprüngliche Sprache? Diese Frage haben sich Menschen seit Jahrhunderten, vielleicht seit Jahrtausenden gestellt. Die Inder sind oft davon ausgegangen, Sanskrit ist die Ursprache. Denn das ist die Sprache der Veden und ist eine uralte Sprache. Die Europäer sind manchmal davon ausgegangen, Hebräisch ist die Ursprache. Es gab einen deutschen Kaiser, oder Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, Friedrich II., der Anfang des 13. Jahrhunderts herausfinden wollte, was ist die Ursprache. Er hat Kinder aufwachsen lassen, ohne ihnen Spracherziehung zu geben, um herauszufinden, in welcher Sprache werden die sich unterhalten. Sie haben aber in keiner Sprache sich unterhalten. Wo man sich auch fragen kann, woher kommt die Sprache überhaupt? Vermutlich kann man sagen, die Ursprache ist die Musik. Kinder verstehen Eltern besser, wenn sie in einem Sing-Sang mit den Kindern sprechen. Kinder selbst haben einen gewissen Sing-Sang. Vermutlich stammen alle Sprachen aus einem gewissen, ja, musikartigen, ja, Klängen. So ähnlich wie Vögel sich unterhalten in einem der Vogel-Singen-Sang. Auch der Affen-Sprache ist mit vielen Höhen und Tiefen verbunden. So könnte man wahrscheinlich sagen, Musik ist die Ursprache. Und die Ursprache ist auch verständlich für alle. Wenn du eine fröhliche Musik hörst aus Afrika, selbst wenn du diesen afrikanischen Stamm noch nie kanntest, weißt du, das ist fröhlich. Wenn etwas traurig ist, verstehst du das auch. Musik ist vermutlich die Ursprache des Menschen. Und sie ist enthalten, auch ohne, dass du diese Sprache gelernt hast. Sie gehört letztlich, man könnte sagen, zum Urrepertoire des Menschen. Musik